Hallo Leute, ja, jetzt habe ich geguckt, ob ich den Zug hier aufgenommen habe, der hier gefahren ist. Also eine ÖBB-Lok mit zwei, also slowenischen Wagone, von Slowenien, diese blauen, weißen, blau-weißen, sind vorbeigefahren. Und noch ÖBB-Wagone, so rot-weiße, ihr wisst ja schon, die ÖBB-Wagone, die Schnellzüge-Wagone halt. Die sind vorbeigefahren, ich habe sie leider nicht aufgenommen, ich habe auf den Aufmerksamkeit gedrückt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, keine Ahnung. Es fährt ein, ja, gerade fuhr ein Motorrad hier vorbei, okay, sorry, ne, gerade fuhr ein Motorrad hier vorbei, sorry, aber egal. Ähm, ja, hier stinkt es nach Benzin, wegen dem Motorrad, ja, egal. Ähm, ja, der Bäcker hupt, der Bäcker hupt hier schon, ja, ich mag es sehr gerne vom Bäcker, die ganzen Sachen, sind ziemlich lecker, ich esse auch immer vom Bäcker die Sachen, weil die ziemlich lecker schmecken, aber darum geht es nicht. Ja, der Zug ist jetzt vorbeigefahren, ich habe es leider nicht aufgenommen, ich wollte auf, ich habe auf Aufnehmen gedrückt, auf Aufnehmen gedrückt, auf den Button, wo man aufnehmen kann, aber irgendwie hat es scheinbar nicht aufgenommen. Keine Ahnung, wieso. Okay, ciao.